Früher jüdischer Monotheismus aus historischer Sicht? Ich meine, die Heilige Schrift lässt bezüglich der Religion der Patriarchen nun wirklich keinen Zweifel. Die Patriarchen waren gestandene, authentische Monotheisten. Sie waren Monotheisten. Sie glaubten an Elohim Yahweh. Sie glaubten an Elohim Yahweh und sie glaubten damit an einen einzigen Gott. Und das ist es, was Israel immer schon unterschied von den umliegenden Völkern. Deswegen hat der Herr ja auch dem Propheten Mose schon gesagt und geboten, naja, da grenzen wir uns jetzt erstmal ab, weil die ganzen anderen Völker, die euch umliegen, die haben das ganze Zeug mit Menschenopfern, die sie irgendwelchen Götzen, die sie selbst noch aufgestellt haben, darbringen. Und da entstanden dann auch diese ganzen rituellen Dinge. Die ganzen rituellen Gebote, um sich von diesen Völkern abzugrenzen. Sogar das wird jetzt sogar von diesen Liberallos irgendwie in Zweifel gezogen oder zumindest versucht. Es ist der Versuch, weil ein Versuch, der kann ja auch scheitern und in diesem Fall ist er natürlich wieder gescheitert, an der Heiligen Schrift, an der Wahrheit. Deswegen wollen wir uns nun einfach damit beschäftigen, mit Belegen, mit kurz, kurz wollen wir das tun, mit Belegen für einen frühen Monotheismus. Es ist leicht schon früh, also für das 14. und 13. Jahrhundert vor Christus, einen monotheistischen Glauben auszumachen. Echnaton von Ägypten führte eine solche Religionsform etwa in der Zeit von 1350 bis 1340 vor Christus ein. Er förderte die Anbetung des Sonnengottes Aton und schloss alle anderen Gottheiten in Ägypten aus. Dies wurde innerhalb von drei Jahren von Tutankhamun wieder rückgängig gemacht und die alten Religionen Ägyptens wurden mit Nachdruck wieder eingesetzt. Es ist aber nicht möglich, eine bestimmte Vorstellung, wenn sie einmal vorhanden ist, wieder völlig zu verdrängen. Das galt auch für Ägypten. Orthodoxe theologische Denker im 14. und 13. Jahrhundert, die waren auf die Vorstellung vorbereitet, sich alle Götter als Manifestationen des einen höchsten Gottes zu denken. Dies wurde auch auf Amun angewendet. Es ist also kaum vorstellbar, dass es nach 1340 vor Christus möglich war, die Vorstellung einer einzigen Gottheit nach Belieben zu unterdrücken, wenn ihre Auswirkungen noch ein Jahrhundert später bestanden. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Vorstellung ihren Ausdruck in bekannten Geschichten findet, wie zum Beispiel in Apophis und Sekenenre. In dieser Geschichte wird der Hyksos-König Apopi vorgestellt, der keinen Gott außer Seth anbetet. Dies würde bedeuten, dass er im Grunde ein semitischer Monotheist wäre. Es gibt gute Gründe, dass der Aufbau von Exodus, Numeri und Leviticus und später von Deuteronomium und Joshua 24 im Zusammenhang mit Formen von Bundesschlüssen und Ausländern am Hof, wie wir ja bereits auch schon bei der Betrachtung der Historizität des Exodus-Ereignisses gesehen haben, von einem Westsemiten am ägyptischen Hof stammt, wie dies auf Mose zutreffen kann. In einem solchen kulturellen Kontext war er wohl kaum in der Lage, sich den damals aktuellen Geistesströmungen zu entziehen. Nichts, was üblicherweise gegen einen mosaischen Monotheismus eingewendet wird, ist vor diesem Hintergrund also wirklich begründet. Monotheistische Tendenzen finden sich im Übrigen nicht erst seit Echnaton. Der Kairoer Hymnus auf Amun in Ägypten, ca. 1500 oder 1400 v. Chr. preist schon vor Echnaton, gleich zweimal Amun-Re als Schöpfer der anderen Götter und der Menschheit. Dadurch ergibt sich zwangsläufig die Vorstellung, dass man sich ihn vor dieser Schöpfung als den einzigen Gott vorstellte. Der Hymnus selbst entstand weitaus früher und ist teilweise auf einer Statue aus der Zeit der 13. bis zur 17. Dynastie, insgesamt ca. 1790 bis 1540 v. Chr. erhalten. Dies ist nun genau die Hauptepoche der Patriarchen. Die drei Patriarchenvolk zogen durchweg in angemessenen Abständen kultische Handlungen zu Ehren von El Shaddai, Abraham, Genesis 17, 1, Isaac, 28, 3, Jakob, 35, 11, 48, 3, 49, 25 und zu Ehren von Elohim, Jahwe, als dem Gott der Väter. Verfolgt man diese Angaben zurück, wird eine Abfolge erkennbar. Jakob opferte dem Gott seines Vaters, Isaac, 46, 1, und schwor einen Eid bei dem Schrecken Isaks, dem Gott seines Vaters. 31, 53b, 31, 54a. Geht man weiter, finden sich die Wendungen Gott meines Vorvaters Abraham und meines Vaters Isaac, 32, 10, siehe auch so ähnlich in 31, 42. Er und Laban erkannten gemeinsam den Gott ihrer Großväter Abraham und Nahor als Autorität. 31, 53. Im Kontakt mit Melchisedek, dem König von Jerusalem, akzeptiert Abraham stillschweigend El Elyon, Gott der Höchste, die Gottheit dieses Herrschers als Schöpfer von Himmel und Erde. Und es ist ihm möglich, diesen mit seinem eigenen Gott, Elohim El Shaddai, zu identifizieren. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Abraham, Isaac und Jakob jemals eine andere Gottheit verehrt hätten, außer Elohim und dazugehörenden Namensformen. Als Jakob wieder nach Bethel kam, wo er vorher ein Gelübde vor Elohim oder Jahwe abgelegt hatte, Genesis 28, 20-22, begann er als Zeichen der völligen Unterordnung durch seinen einzigen göttlichen Hüter fremde Götter in Anführungszeichen in der Umgebung seiner Familie zu beseitigen. Also er begann damit, diese zu beseitigen. 35, 2-4. Monolatrie, also die Anbetung nur eines einzigen Gottes aus der Menge der anderen Götter, führte zu einem praktischen Monotheismus, wie ihn Abraham und Isaac praktizierten. Ein persönlicher Kult, wie er sich bei den Patriachen findet, benötigt keine große Anzahl ausgesuchter Gottheiten und entwickelte sich daher leicht zum praktizierten Monotheismus. El war ein Obergott, der während der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausend weithin verehrt wurde. Seit ungefähr 1500 vor Christus trat Hadad im gesamten östlichen Mittelmeerraum an seine Stelle. Er war der Wetter-, Sturm- und Fruchtbarkeitsgott, der zunehmend unter seinem Titel Baal, Herr, bekannt wurde. Als das frühe Israel dann in Kanan siedelte, musste es sich nicht mit L-ähnlichen Göttern auseinandersetzen, sondern mit dem grundsätzlich verschiedenen, äußerlich verlockenden und rivalisierenden Baalskult, dem auch Göttinnen zugeordnet waren. In der Zeit zwischen den Patriachen und Mose, Joshua und den Richtern hatte sich in dieser Gegend theologisch ein umfassender Wechsel und Wandel vollzogen. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, auf einige Unterschiede zwischen der Religion der Patriachen und der späteren israelitischen Religion hinzuweisen. In der älteren Zeit ist Elohim wichtiger als Jahwe, spätestens umgekehrt. Dass in der Väterzeit nirgends von Baal die Rede ist, zeigt das hohe Alter dieser Tradition, vor ca. 1500 vor Christus. Die Kommunikation zwischen Gott und Mensch geschieht in der Patriachenzeit so, dass Gott immer direkt in Visionen und Träumen und nicht durch Vermittler, z.B. Propheten, zu den Patriachen spricht. Die Patriachen ihrerseits bauen ihre eigenen Altäre und opfern ohne Priester. Jerusalem spielt keine erkennbare Rolle, außer bei dem sehr kurzen Kontakt mit dem König von Salem wird es noch nicht einmal erwähnt. Abraham konnte seine Altäre in der Nähe von Bäumen errichten. Solche Höhen waren später durch das Gesetz Moses geächtet. Deuteronomium 12.2, Vergleiche Hosea 4.13 Heilige Steine, Vergleiche Jakob, wurden ebenfalls unter den Bann gestellt. Deuteronomium 16.22 und sollten zerstört werden. Deuteronomium 7.5.12.3 Solche zerstörten Bilder usw. aus der späteren Bronzezeit wurden in Hazor gefunden. Dies würde mit den Ordnungen übereinstimmen, die Israel bekommen und höchstwahrscheinlich auch umgesetzt hatte. Etwas ähnliches findet sich nicht bei anderen Völkern in Kanaren. Zum Schluss soll noch die lange Zeit bedacht werden, die traditionellerweise zwischen den Patriachen und Mose vergangen sein soll. 400 bzw. 430 Jahre nach Genesis 15.13 und Exodus 12.40 folgende. Dies scheint für die israelitische Stammesgruppe sehr lange zu sein, um ihre Beziehung zu Elohim, Jahwe, aufrechtzuerhalten, wie die Berichte dies vermitteln. Es ist aber auch von anderen Stammesgemeinschaften bekannt, dass sie über eine lange Zeit hinweg an den ihnen eigenen Gottheiten festhielten. So blieb etwa der Kult der Gottheit Ruda in Nordarabien vom 7. Jahrhundert vor Christus während der Zeit des Persischen Reiches bis zur Römerzeit erhalten. Aus den Jahrhunderten vor Rom ist dieser lange andauernde Kult nur durch zufällige Bemerkungen des Assyrers Asarhaddon und Herodots bekannt. Es erübrigt sich an dieser Stelle natürlich ein Verweis darauf, dass inzwischen klar ist, dass die ersten Religionen animistische Religionen waren. Also Religionen, die von einem weltumspannenden Weltengeist ausgehen. Das ist auch genau das, was wir in der Vorstellung, in der biblischen Vorstellung sehen. Denn wie stellt uns die Bibel Gott vor? Die Bibel stellt uns Gott als jemanden vor, der Geist ist, der überall ist, der omnipräsent, omniscient und unbedingt transzendent, also der Immanenz übergeordnet ist, daher auch Transzendenz. Dies ist nichts anderes, als was die frühen Menschen glaubten und womit die frühen Menschen auch tatsächlich durch Visionen immer wieder Erfahrungen gemacht hatten. Wie es sich auch mit den Erfahrungen der Patriarchen deckt. Später wurden Propheten eingesetzt, um Bündnisse mit diesem Gott zu schließen, sodass die Menschen wieder einen festen Bund mit Gott hatten. Und Gott kam selbst ins Fleisch in Jesus Christus, um uns alle zu retten. Alles gibt also ein logisches, in sich geschlossenes Bild. Was wir aber immer beobachten können ist, dass es einen Monotheismus immer schon gab. Und wie gesagt, der Hinduismus, also die wohl älteste Religion, ist kein Polytheismus. Polytheismus selbst ist schon ein logischer Widerspruch in sich. Vor dem Hintergrund, dass wir herausfinden und erfahren, dass die anderen Gottheiten immer von einem Obergott, in Anführungszeichen, also von einer höchsten Instanz, erschaffen worden sind. Und für den Hinduismus gilt dies noch nicht einmal. Denn was gilt für den Hinduismus? Es gibt wieder diese Weltseele. Es gibt diesen weltumspannenden Geist, der alles ist und alles hervorgebracht hat. Die sogenannten Götter, in Anführungszeichen, sind keine eigenständigen Götter, sondern Manifestationsformen des Göttlichen, also des Heiligen Geistes, um es jetzt in der christlichen Sprache auszudrücken. Das sind also die Manifestationen des Geistes, wie die Menschen sie gerade gebraucht hatten. Carrier, Träger also, um den Menschen einen Kontakt, eine Bindung zu Gott zu ermöglichen. Die natürlich jetzt nicht mehr notwendig ist, durch erst den alten Bund und jetzt den neuen und ewigen Bund in Christus Jesus. So dass wir das alles nicht mehr zu beachten brauchen, aber beachten brauchen, dass das, was in der Bibel beschrieben wird, eine Wesenheit war, mit der die Menschheit, also als Transzendenz, als höchste Instanz, immer schon in Kontakt gestanden hat. Der Herr oder die Herrin der Tiere, wie sie schon von den Jägern, von den frühesten Jägern verehrt worden ist, ist nichts anderes als diese animistische Gottheit, mit der auch immer wieder paranormale Erfahrungen verbunden waren, wie sich durchaus zeigen lässt, was manche als Urschamanismus bezeichnen. Insofern ist dieser Befund aus dem kulturellen Umfeld der Heiligen Schrift, Mesopotamien, Israel etc. pp. und der Befund der Urreligion des Menschen eindeutig. Natürlich kann früher Monotheismus existiert haben. Aufgrund der Einflüsse, denen Mose ausgesetzt war, sind alle Einwände und Argumente gegen einen mosaischen Monotheismus direkt entkräftet. Und dass die Patriachen und Mose Monotheisten gewesen sein können und an Elohim oder Jahwe glaubten, als Namen, als Selbstbezeichnungen des einen und selben Gottes, auch das lässt sich kulturell nachweisen. Und somit ist die frühe monotheistische Religion der Juden, also des Bundesvolkes Israel, der Patriarchen schon damit belegt und greifbar.